So, wo war unser Loch? Unser Loch ist da. Ich würde ja tatsächlich unser Häuschen so ein bisschen hier in den Berg reinzimmern. Gucken wir mal. Soll ja schon ein relativ bequemes Gebäude sein. Also so ein bisschen Luxus darf man sich dann auch erlauben. Das heißt, wir müssen gleich nochmal zurück und ein bisschen Sand holen. Dass wir Fenster machen können. Aber es soll natürlich nicht zu übertrieben groß werden. Das heißt, wir machen... Ne, wir haben einen Ofen. Und wir haben sogar Kohle vor der Tür. Das ist ja praktisch. Das ist so. Dann brennen wir mal ein paar Steine. Währenddessen können wir mal hier in der Höhle ein bisschen Kohle einkassieren. Aber es ist tatsächlich so, jetzt wo ich Kohle brauche... Wo ist die ganze Kohle hin? Da ist die Kohle hin. Hier ist die Kohle. Ah, hier hat sie sich versteckt. Und wo wir gerade da sind, hier ein bisschen Licht. Vielleicht nicht auf dem Material, so. Da hinten ist ein Absatz und hier ist ein Absatz. Also da ist... Da ist ja nicht dunkel, weil dunkel, sondern da ist dunkel, weil... Keine Wand. Meine Güte. Da hat man es wieder ein bisschen schimmern sehen. Also ich zumindest. Ich glaube, YouTube macht es eh immer ein bisschen dunkler. Aber ich habe es zumindest gesehen. So, äh... Ja, Material. Jetzt geht das Häusleinbauen wieder los. Wir machen uns natürlich ein paar schöne Steine. Als Begrenzung. Und dann gucken wir mal... Hier ist Wand. Fenster, Fenster... Fenster, Wand. Genau, zwei breites Fenster. Dann müssen wir tatsächlich noch ein bisschen rein in die Höhle. Die ist so halb im Berg halt, das Gebäude. Das ist dann so ein bisschen schöner irgendwie an den Rand geschmiegt in den Berg gebaut. Ich glaube, das ist okay. Wir sind ja hier in der Höhle. Das heißt, hier dürfen die Gebäude auch an den Berg gebaut werden. Nö. na komm wir haben auf jeden Fall genug davon das ist gut so wir haben auch Holz wir haben nur dunkles Holz ich würde aber gern helles Holz haben es soll natürlich dann irgendwie in der Höhle auch hell sein das heißt da ist Wand Fenster, 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 Fenster ich mache sie nicht drei breit ich mache sie nur zwei breit einfach weil So, Wand, Fenster, Fenster, Wand, Ecke. Wand, Fenster, Fenster, Wand, Ecke. Okay, so tief müssen wir rein. Es wird wieder so ein L-L-L-L-Gebäude. Und es wird ein schönes Gebäude werden. Das wird nicht in die Höhle reinpassen, aber das ist Absicht. Es wird halt in die Höhle gebaut und es sieht von außen auch höhlenmäßig aus, aber innen drin ist eine normale Einrichtung in meinem Test. Ja, ja, also eine Einrichtung. Mit einem Stuhl und einem Tisch oder so. Schauen wir gleich mal. Wand, 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 Wand. Genau, Ecke, Ecke. Tür würde ich tatsächlich hierhin machen, dass man hier eben rauskommt in die Höhle. Dass man hier eben das Panorama der Schwärze genießen kann. Keine Ahnung, ob wir den Teil hier irgendwann mal ausgeleuchtet bekommen. Da, 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 da. Jetzt sieht man es. Oh, es wird hell. Es wird hell. Ja gut, es bleibt so hell. Man sieht es auch in der Vorschau. Das heißt, man müsste es eigentlich auch im Video später dann sehen können. Oha. Da ist noch einiges zu tun. Ja, ich glaube, da haben wir genug von. Stellen wir uns mal unser Travelnet auf. Da ist die Tür. Das heißt, das Travelnet, das kommt dann, da ist Wand, Wand, Wand. Das kommt dann davor. Und einfach nur der Ordnung halbe mache ich da zwei dahinter. Travelnet hin. Weil dahinter, hinten, da geht es ja noch weiter. So, Net1 bleibt so wie es ist. Safe. Pam, Junge. So. Ab nach Hause. Ich glaube, wir haben gar kein Holz mehr. Zumindest kein Holz. Oh, oder wir nehmen hier Dings. Na, wir gucken gleich mal. Können ja hier auch. Oh, wir können ja hier auch Ton nehmen, ne? Warte mal, kann man eigentlich... Die müsste da ja drauf passen. Ah, guck mal. So schön. Ähm. Nee, wir machen das mit Holz. Haben wir eine? Nein, wir haben keine. Ich nehme mir aber eben mal eine mit. Wir haben hier hinten... Wir haben hier eine Baumfarm. Auch wenn sie inzwischen wahrscheinlich fast weg ist. Übrigens schön, mal wieder draußen zu sein. Na, keine Erde dabei. Naja. Sind die inzwischen gewachsen? Ja, guck mal. Hier ist inzwischen alles gewachsen. Sehr gut. Da kümmern wir uns aber jetzt nicht drum. Aber der Wald wächst langsam zusammen. Das finde ich gut. So. So. Ich lief hier hin, weil... Baumfarm. Genau, stimmt. Ich wollte ja Bäume abholzen. Deswegen habe ich auch die Achse in der Hand. Meine Güte, ey. Ach, diese scheiß... Ich bin ja mal gespannt. Oh, ich bin übrigens voll. Blöde Idee, sowas zu machen, wenn man voll ist. Das war aber, glaube ich, nicht so viel, ne? Ne. Wenn man schleichend bleibt. Holt der doch alles weg, oder nicht? Mehr oder weniger. Bumm. Zack. 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 So, damit hat sich dann die Baumfarm in dem Umfang auch erstmal erledigt. Wieso kann ich Setzlinge aufnehmen, aber keine... Die Baumfarm wollten wir ja umbauen. Von daher pflanze ich da jetzt nicht nach. Der eine, der darf noch wackeln. Oder die beiden, die dürfen noch wachsen. Und dann hat sich das Thema dann... Dann hat sich das Thema dann erledigt. Und dann nehmen wir die umgebaut, die Baumfarm. Oh. Dann hat sie nämlich auch der Kram hier am Rand erledigt. Wobei wir dieses Ding hier können wir ja so lassen. Das ist ja nicht weiter tragisch. Ja, die beiden letzten, wenn die mal irgendwo mal gewachsen sind. So, dann geht es wieder zurück. Haben wir zufälligerweise Glas? Ja, guck mal hier, wir haben sogar Glas. Das heißt, wir können direkt in den Höhlenabsatz gehen. Weil Absatz hier nach hinten, ne? So, da haben wir Holz. Da haben wir ein volles Inventar. Aber da haben wir eine Kiste. Ähm, die Kiste ist da, gut, da ist zu. Da ist zu. Die Kiste, die kann ja, kann ja hier stehen. Ähm. Ach, jetzt hätten wir das ganze Zeug natürlich irgendwie oben lassen können. Äh. Und ich hoffe mal, mit diesem ganzen Zeug, was wir hier jetzt reintun, haben wir auch genug irgendwie für den ganzen Technikkram, den wir dann irgendwie benötigen für irgendwas. Und wie gesagt, Mese, haben wir wohl erstmal genug. Ne, das passt soweit. Okay, dann. Äh, so. Äh, na, 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 na. Äh. Wir haben da hier einen Ofen, da in diesem Ofen. Ich muss mir ja keine Sorgen machen, wir haben ja mal cool um Material da. Bei der Gelegenheit können wir vielleicht mal alles, was in diesem Ofen drin ist und den Ofen selber mal mit reinnehmen. Weil ich würde halt alles gerne irgendwie im Gebäude haben. Ähm, das heißt, der Ofen, der kommt hier hin und daneben, gucken, ob ich das richtig mache, kommt die, kommt die Säge. Und da wäre dann halt eben entsprechend zu, ne. Ähm, so. Weil in der Säge, da machen wir uns jetzt schön 14 Sechzehntel, 14 Sechzehntel, äh, 99, nein, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, das heißt, 8, 12, 16, 17, 8, 24, 23, 23, 23, Epp, epp, 2, 3, 7, 14 Sechzehntel, 14 Sechzehntel, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ja, kommt nämlich am Arsch. Replacing Tool, ja, aber dauert zu lange. Ich glaube, dass es eben schnell zu drehen ist einfacher. Jo, siehst du mal, geht genau auf. Gut, eine Reihe müssten wir noch, das heißt, wir brauchen eh noch ein paar mehr. Aber wir drehen die jetzt erst mal. Ah! Da waren wir doch. So, dann brauchen wir eine Tür. Die können wir alle ja aus dem Material hier machen. Was ist das dann? Nächst die gleiche Tür, ne? Ja, guck mal. Da haben wir unsere Tür. Jetzt brauchen wir hier drüber noch eine Reihe von den Steinen. Das heißt, vier, acht, zwölf, sechzehn. Machen wir nochmal sechzehn. Beziehungsweise nein, was für ein Quatsch. Vier, sechs, acht, guck mal, hier fehlt einer. Nicht verzählt. Also, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, elf. Okay. Vier sechzehntel. Eins, zwei. Wir wollen hier auf keinerlei Komfort verzichten. Das heißt, wir machen zwei hohe Fenster. Wie es sich für ein vernünftiges Haus gehört. So. Ne. Oh, was wir natürlich auch machen könnten, irgendwie mit Fake-Gras, äh, uns einen Garten bauen. In der Höhle. Sollte ja eigentlich nur so eine kleine, beschissene Höhlen, äh, kammer werden, von der aus wir dann weiterlaufen können. Aber. Äh, es muss wie immer alles übertrieben werden. Einfach nur so, weil es geht. Ähm. Genau. Unten ist halt wieder Steine. Ich sehe gerade, das sind die falschen Steine gewesen. das waren die 14er das heißt wir brauchen 34,2 dann kann man die nämlich wieder zusammenstecken so auf ein neues wir machen erstmal das Fundament scheißegal wir machen ein Fundament und dieses Fundament wird wunderbar schalalala 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 gut das passt soweit das passt soweit das passt das passt das passt das passt alles sehr gut das passt alles Eingangsbereich müssen wir mal gucken und jetzt machen wir nicht die machen wir die 12er machen wir 34,12er ja wir machen 34,12er aber 34 von den anderen hatten vorher das muss gedreht werden ja guck mal hier ist wieder 4 und kann man die jetzt nein man kann es nicht na gut ich versuche gar nicht erst zu verstehen warum die sich wie ausrichten ich hatte da ja schon mal ein Bug Report zu erstellt der leider halt im Sande verlaufen ist aber das Problem ist fixbar vielleicht baue ich es irgendwann mal in meine Mod ein die so Sachen fixt bis dahin müssen wir leider damit leben dass die sich nicht vernünftig hinstellen lassen weil der Bug Report ja den gibt es den gibt es den aber ansonsten ist da nichts weiter aber es gibt einen Bug Report ups ach ach ist das doch in Ernst lass mich doch mal hier in Ruhe arbeiten wir drehen die Steine einfach 100 mal Steine die guten Holzsteine wer kennt sie nicht so die Ausrichtung die passt jetzt Stein 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 Juki Juki die Kamera hallo sieht man mich passt aber zu dem Höhlenthema was wir gerade haben also von daher alles Absicht so ging die oh mein der mich schön zweierfenster rein man sieht schon es wird so ein bisschen mein Standardhaus nur halt mit zwei breiten Fenstern anstatt mit drei breiten Fenstern und mit einer Seite komplett in der Höhle verschwunden so ja ja das gute Material ist jetzt weg ja kann man Kobbelstone reinlegen dach dach so ein Quatsch den guten Kobbelstone benutzen wir dafür ganz ehrlich zweimal so das ist dann die Grundfläche von unserem Haus und hier hinten da in der die Travelnetbox das passt soweit ganz gut da kommt ein Fußboden rein ich muss mal einen Keller machen einen Keller in der Höhle wir müssen erst mal von außen gucken dass wir jetzt ein bisschen dachmäßig irgendwas reißen hier haben wir irgendwas an schönen Sachen im Lager noch nein wir haben nur können wir eben gucken ne da wollen wir mal ein weißes Dach machen also von innen von außen ist klar was da kommt oh oder wir machen stilecht weil es eine Höhle ist ein Kobbelstone dach aber ich glaube von innen machen wir ein weißes Dach naja wir können eigentlich zurückgehen direkt wieder ist halt blöd dass man irgendwie falsch rum in diesem Ding erscheint dazu müsste man wahrscheinlich irgendwie weil das die Orientierung vom Eingang oder vom Reingehen übernimmt man landet halt so rum hier das heißt das müsste da hinten die Travelnetbox umgedreht sein da würde man richtig rum rausgucken naja gut es ist wie es ist wir lassen es mal einfach so das passt schon wir müssen auf jeden Fall hier einmal das draus machen was sind das denn für Backclash sind das normale Backclash sind normale naja das heißt wir machen das Slaps draus die man dann natürlich auch nicht richtig ausrichten kann so müssten sie sein wenn man da jetzt einen daneben setzt dann ist der nämlich genau auch wieder falsch rum wir haben eh zu wenig Backclash also von daher können wir eben ganz kurz mal gucken ob wir hier vielleicht noch ein bisschen was haben hier haben wir nämlich nochmal die nehmen wir dann einfach mal und machen uns da nochmal irgendwie ein paar Slaps draus und das sollte dann könnte reichen und wir nehmen uns unseren Replacer ne der war drüben in der Dingskiste hier ist übrigens die Blinkgepland die ich neulich mal gesucht habe da ist sie da haben wir unseren Replacer guck mal hier landen wir nämlich richtig rum da hier die Travelnetbox andersrum ist Replacer hier oben hin ja genau ich hätte sie eigentlich auch lassen können na gut einen Eisenklumpen haben wir ja noch shift rechtsklick und dann rechtsklick genau Tisch ist zu niedrig der das muss drei gut das heißt so shift rechtsklick rechtsklick decke ist immer drei hoch weil halt sonst scheiße na Tisch war natürlich nix hat ja super gereicht das hat ja super gereicht so hier haben wir auch nur Futter drin naja mhm apropos Futter apropos Futter so Futter für die für die Mutter na komm lass mich mal hier jetzt rechtsklick machen danke so äh mit 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 nein ähm da nicht tun hier haben wir noch davon da können wir die auch wieder verarbeiten und die kriegen wir glaube ich auch wieder vernünftig gucken wir mal zack zack kann man da auch direkt Slaps draus machen ja so die äh ach ne die muss man auch wieder hier so siegelmäßig das heißt wir brauchen 6 und 8 schauen wir mal ob wir das hinkriegen bei der Gelegenheit wo wir hier gerade eh schon mal stehen können die Säge na komm die Säge mal hier daneben stellen und 8 äh Gegenstücke von dem hier Gegenstück müsste das hier sein ne so 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 36 das müsste eigentlich reichen so dann bringen wir das nämlich mal eben wieder zurück äh tun eher die Keys das hier mal dazu tun das hier mal dazu tun der Cobblestone was machen wir mit dem Dach ich glaube wir machen das Dach tatsächlich aus Cobblestone das ist von außen ein bisschen irgendwie sich in den Dach einfügt aber erst mal machen wir hier weiter so dann haben wir von denen hier noch ups hier ist es glaube ich na wir gucken gleich mal Aua ich glaube wenn wir dann gleich erst mal das Dach bauen da sieht man dann schon wie weit wir tatsächlich hier irgendwie reingehen müssen und dann wir machen das Dach wir machen das Dach wir machen das Dach wir machen das Dach